Wo ist denn die Gießkanne? Ah, die Gießkanne hast du ja geholt. Ähm, warte. Ich gieß einfach mal. Hatte ja langsuchen. Mach dir doch auch eine. Das ist meine. Oh, wie? Echt? Hallo meine lieben Mitzhocker und Mitzhockerinnen. Hier ist wieder euer Nutoga-Ausbrot beim Sky-Solated-Spiel mit dem guten Kinsy. Ich weiß gerade gar nicht, wo er ist. Hä? Ich sitze auf der Leitung in Gefahr eigentlich so ein bisschen. Ah, okay. Hinter dem kleinen Baum. Hinter dem ganz kleinen Baum ist er. Kann ich Servus denn nur in Kreuzungen? Also in, 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 ähm... In, äh, in Eingangs- und Ausgangsdingern kannst du die nur anbringen, oder? Ja, scheinbar, scheinbar. Dass man es sonst so benutzen kann, aber habe ich noch nie gemacht. So, funzt das. Yes. Also, ich setze mal hier rein rein. So, die Lavaproduktion für unsere Schmelze ist jetzt auch automatisiert, mehr oder weniger. Ja, dann muss ich ja noch mehr Pneumatik-Servus einbauen, ey. Wow, Spinne, Spinne, Creeper. Ja, funktioniert nur da. So, Whitelist. Whitelist. Oh, Cleefs. Ich brauche einen Oakleaf. Hast du gut gemacht. Ja, Blef, Oakleaf. Wird mal Haya-Pubu machen. Oder sonst haben wir gleich wieder alles voll mit, äh... L-G-Kneros. Was ist denn jetzt mit dem Planter? Ist der aus? Ja, der ist aus. Lass den mal noch aus, bis der Baum da gewachsen ist. Ach, komm, ich geh mal die... Ich testest du gerade was. Ja, ich bin die Gießkanne mal. Äh, wo ist denn die Gießkanne? Ach, die Gießkanne hast du ja geholt. Ähm, warte. Ich gieß einfach mal. Hatte ich ja langsuchen. Mach dir doch auch eine. Das ist meine... Oh, wie? Echt? Ja, weil du gestorben bist mit deiner. Ach so. Ja, ich gieße gerade mal meine... Du glaubst sogar schon zweimal. Wo gießt denn du? Du sollst hier den Zeppelin gießen. Mach ich doch. Hä? Geh mal näher ran. Stehst bei mir außerhalb von dem... Na, jetzt stehst du auf dem ersten Erdblock. Ja, ist alles gut. Da! Und er... Oh, ein Alphabaum. Äh, und der Alphabaum ist weg? Ja, klar, ja, macht ja schon. Das ging flott. Gut, dann können wir ja... Was ist hier hinten schon wieder? Saplings. Wir sammeln die nicht ein. Ja, das ist... Ja, das ist, weil es ein Alphabaum war. Weil einfach zu riesig. Aber funktioniert. Dann wacht mal, bis er oben alles weggebaut hat. Und dann kannst du den Planter einschalten. Gut. Ich brauche unter den Barrels noch Pipes. Bin ich mal gespannt. Oh, jetzt Verstopfung. Duft-Items. Ach nein, komm her, Limestone. Dofer Limestone. Und da füllst du jetzt quasi oben einfach Blätter rein. Oh, hier ist nichts unter. Heftig. Wo ist denn jetzt? Wow, der hat aber richtig schön... Pass hier auf, ne? Pass hier auf. Ich bin hier gerade... Ja, ja, ja. Ähm, schalt am besten den Planter erst an, wenn du da fertig bist mit dem Leafs gedöhnt, ne? Ja. Weil ansonsten, ja, läuft alles über. Aha. Was wollte ich tun? Da muss ich nach unten gehen. Und wo packe ich da jetzt den Leather hin? Da muss ich da noch... Oh, oh. Ja, da kann ich aber hier... Einfach mal 8 Stacks Cobblestone geholt. Geil. Kannst du... Ach, nee, Sand. Limestone geht auch. Sieht ja eh keiner. Einer. Genau 2, die brauche ich auch. Habe ich noch einen Hammer dabei? Dann kann ich die noch vermehren. Dann kann ich gleich noch mehr Unfug treiben. Oh, Unfug. Ja, Unfug. Das kann ich gut. So, und jetzt wieder ganz vorsichtig. Ich schmäh mal nochmal unsere Essensfelder ab. Die sind schon wieder alle komplett zugewuchert. Ich habe ein bisschen Angst. So. Leather, leather, leather. Alter, 2 Stacks Weizen gerade mal abgeerntet. Aha. Möhren, 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 möhren. Möhren, möhren. Okay, das funktioniert. Dann muss der noch weg und dann muss da eine Leather hin. Leather. Leather, 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 leather. Leather, leather, leather. Leather, 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 und wir kann nicht die Dauer hinpacken. Da habe ich keinen Platz mehr. Da muss ich da hinten was wegnehmen. Oh, ist hier dürf, 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 dürf. Yeah, ich mache mal nochmal 5 Stacks Karottensaft. Yeah. Okay. Ups, dann mal die ersten 3 waren fertig. Dann Nummer 4. Komm schon. Ähm, ähm. Ich habe so Angst. Ich habe so Angst. Kraft. Da. Ja, hier genauso, ne? Ja, am besten ja. Hm. 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 Ja, geil. Ein Stick. Ah, Scheibenhonig. Bitte? Scheibenhonig. Ich kann mal packen. Topia, wie krass. Was ist das denn? Wie habe ich mir das hier denn gedacht? Da kann ich den Lever aber da unten ranhängen, okay. Interessant. Ich habe ja noch Energy-Konto jetzt, wenn lasse ich den Kram anders laufen. Ich nehme mal die Abkürzung. Wah, Sludge-Spoiler. Nur nicht sterben. Ja, alles gut, alles gut. Ähm, na, 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 da. Okay, lasse ich es da lang laufen. Blöder Sludge-Spoiler. Arbeitest du gerade? Nee, dann kann ich da ran. Gut. Hast du noch ein bisschen Erde zufällig über? Ähm, in meiner Dreckkiste. Passend. Ja, saukool. Ich glaube sogar ohne links. Hm, ja, ich habe es schon. So, dann muss ich jetzt. Ich werde jetzt mal etwas Cooles machen. Aha. Ups. Zack, zack, zack. Die wegnehmen. Boah. Verlaufen. Wo bist du, wo bist du? Ich will dir was zeigen. Ich habe was, ich habe was. Im Keller. Im Keller? Ich bin im Keller. Ja. Juhu. Alter. Ja, der Kinsey, der geht hier aber ganz schön ab. Wieso? Was denn? Was mache ich denn? Kannst du nicht hoch zu dir werfen. Achso, ich komme runter im Moment. Ja. Was hast du denn da? Gerade gecraftet. Gehen wir ins Inventar. Carbillstone? Was? Und den ganzen Gedöns hier. Eigentlich ziemlich cool, oder? Eukalyptus-Zapling. Ja, kannst du alles rauskriegen. Und weißt du, wo draußen wir die nur machen? Hä? Aus Erde und Weedsamen. Oh, wir packen nicht. Gib mal noch zurück. Ich schmeiße mir mal den Sieber. Vielleicht kommt da was Anständiges raus. Cooler Baum. Nein, du hast ihn wieder aufgesammelt. Gibst ihn mir zurück. Ey. Ah, deine Ecke hast du in den Slutschpoiler. Okay. Ja, da darf man nicht ran. Also, solange er arbeitet nicht. Kann man den eigentlich irgendwie isolieren? Nö, ne? Wir können einen Zaun drum bauen. Dann wissen wir Bescheid. Man darf sich den nicht auf drei Feldern nähern. Auch nicht, wenn irgendwas dazwischen ist? Auch dann nicht. Na gut, dann brauchen wir nichts dahin zu machen. Ja, ich habe gedacht, das wäre vielleicht machbar, dass wir da so einen Zaun dazwischen machen. Und, äh, ja. Weißt du? Verstehst du? Mhm. Kurze Junge. Mhm. 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 Äh. Ein Blood-Zapling. Ein, ein Lava-resistenter Baum, der an der Decke wächst. Ja, cool. What the fuck? Wo können wir den denn hinpflanzen? Muss wahrscheinlich. Ach doch, das müsste gehen. Dann setze ich da noch Lava hin. Boah, man weiß, was wir damit eigentlich machen können. Dann können wir so eine Art, äh, Wurzeln für unsere Insel bauen. Ja, cool. Das finde ich interessant. Ah, fuck. Entschuldigung. Bitte. Fuck. Und es ist nur oben kein Dirt an der Decke. Dirt, 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 dirt. Ach so, wie der? Entschuldigung. Ähm. Ähm. Wenn ich das jetzt daran mache, wo kommt das denn an? Das kommt in die Kiste. Das ist doof. Dann habe ich noch 13. Und was ist denn da oben? Gold on the ceiling. Ja, geil. Äh, da kann ich lang. Pass auf, wenn du da rumläufst, ne? Ich nehme gerade von unten Erde weg. Ach, du bist... Ach, da bist du. Ich hab da oben mal so'n Blatt, äh, so wie der aussehen, wenn er groß ist. Wenn ich groß bin, will ich ein, äh, Baum werden. Verdammt. Jetzt ist er runtergefallen. Oh. So. Na gut, der kommt aus der Hölle. Vielleicht muss der auf Netherrack wachsen. Who knows, who knows. Wenn ich jetzt da hin mache, dann werden die verbunden. Also muss ich nach unten. Und da hin. Mhh, das kommt mal weg. Ähm. Hier habe ich noch 7. Das könnte sogar reichen. Weg, weg, weg. ich bin gerade im keller. Warum ist Mario Musik passend wenn du im Keller bist? Weil das die Kellermusik war. Eine der Kellermusiken. Holadidah, der feine Herr hat mehrere Kellermusiker. Ich bin ein Kellertenor. Oh oh, die Sonne geht schon wieder runter. Ich brauche Closedawn, Blaze Powder. Da komme ich jetzt nicht ran oder was? Dann springe ich halt. Bitte. Nein, spring nicht. So, da jetzt eine Kiste rauf, die ich natürlich nicht mehr habe, weil ich dir die alle geschenkt habe. Kann ich bitte eine Kiste bekommen? Ja, die liegt in meiner Dreckkiste. Du hast Kisten in der Kiste. Sag mal, wie ist das eigentlich physikalisch möglich, eine Kiste in eine Kiste zu packen, die die gleiche Größe hat? Ja. Hat nicht die gleiche Größe, du Debs. Magic. Ja, okay, die Hälfte, aber trotzdem. So, liegen vor der Tür. Kisten? Ja. Danke. Kisten? Na, ich gehe mal noch mal Soulcent weiter sieben. Was? Oh, verdammt. Ich habe keinen Sand mehr drin. Dann kann natürlich auch kein Soulcent entstehen. Ah, nein, da soll keine Verbindung sein. Weg damit. Äh, wo ist mein, äh, Wrench? 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 Wrench, 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 Wrench. Willkommen auf der Wrench. Ja, alles okay. Ich habe mal noch mal ordentlich, äh, Dust zum Sieben gegeben. Kann ich dazwischen? Und jetzt brauche ich Sand. Also ich noch mal nach unten, ey. Oh Mann. Also, gut. Ist besser ein Treppenlifter installiert, ne? Ähm, bestimmt haben wir jetzt aber auch schon ein bisschen Redstone, dass ich gleich... Ah, drei Redstone nur. Ich habe es gerade, äh, drei Stacks in die Siebe gegeben. Also da sollte bald was kommen. Wie? Drei? Äh, drei Stacks, Dust? Meinst du? Alles klar? Nein. Äh, ja. Ja, 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 ja. Ach, so ein Mist. Ich hätte mal vorher anschalten sollen. Hm. Äh, ich bin ein Hulk. Äh, jetzt muss ich da wieder rauf und auseinander friemeln. Ach, was mache ich denn da? Das suche ich doch gar nicht. Angry Doll. Pff, da bist du mal auch so eine Angry Doll. Da brauche ich ja auch noch Redstone für. Sind die auf Ausgang geschaltet? Der ist auf Ausgang. Der ist auf... Äh, der ist weg. Okay, falsche Klasse. Der ist weg. Kocke ist weg. So, und auf Ausgang. Los, auf Ausgang. Brauche Diamanten. Smaragde Diamanten. Ja, geil. Ein Scherz. Ah, ich bin am Rumspacken. Ah, okay, jetzt geht's. Ich muss Mergol wieder in die Küste sperren. Der holt sonst bestimmt nur die Spinnen ran. Was, der holt nur die Spinnen ran? Ja. Alte Sau. So, geh an. Zack. Und jetzt habe ich noch einen, den ich da hinsetzen muss. Weil anders komme ich da nicht ran. Das ist der. Ein Leather. Also Redstone kommt jetzt auf jeden Fall nochmal rein. Hier sind jetzt drei Stück. Alles klar. Bei habe ich mir gerade geholt. Der führt ab. Bitte? Ja, der führt ab. Machen wir nochmal ein bisschen Limestone. Ich habe noch einen Limestone. Ich auch jetzt. 48 Stück. Gut, Limestone kann man so schnell farben. Das ist echt, glaube ich, schneller, die einfach zu farben, anstatt zu einem zu kommen und die einem zu geben. Wir haben auch ein Nether Rack, ne? Durch den Slut Spoiler. Und Tainted Soil haben wir. Ja gut, brauchen wir nicht. Haben wir genug. Und Heatsand. Heatsand? Heatsand. Okay. Was ist denn das da für ein Mist? Ich habe keine Ahnung. Aber wir haben ihn durch den Slut Spoiler bekommen. Gut, dann brauche ich jetzt nur noch ein Servo. Ne, ich brauche eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Servos. Hier ist, glaube ich, schon einer drin. Ähm, mit der... Lava, Lava, Lava. Ja, saugut. Gut. Hast du Redstone aus der Kiste genommen? Ja, habe ich dir auch gesagt. Echt, hast du? Mann, ich habe wieder nicht zugehört. Hast du aber in den Pekka getan, ne? Nö, ich habe es verbraucht. Ach, ich kann, ich kann meine Leadstone Energy Conduits recyceln, ne? Ja, aber warum? Weil ich sie nicht brauche. Ich brauche Redstone. Ne, ne, wir brauchen die später noch. Es kommt doch gleich Redstone. Da ist ganz viel in der Mache. Ja, aber das dauert. Ja, aber wenn wir Ressourcen verschwenden, macht es auch keinen Sinn. Meine Erde hast du mir auch geklaut. Da kann ich meine Eier nicht weiter kraulen. Was heißt geklaut? Ja, hast du geklaut? Nein. Was für Eier willst du eigentlich bauen? Na, welche Eier denn wohl? In der Pimmelstraße. Wie an der Pimmelstraße. Und die sollen aus Erde sein. Erdmeier. Für ein Brauen. Ja. Ah ja, interessant. Erdmeier. Erdnuckel. Naja, ich wollte da... Yeah! Blaze Rods! Hast du einen? Ach so, ja geil! Warte, ich guck mal ins Questbook, was du da machen musst. Ich glaub, du musst einen Autoproer herstellen, ne? Oh, wir haben noch 18 Leben. Oh, oh, oh. Pfff. Und ich kann... Wir müssen noch zwei Zombies killen. Oh, was? Wir müssen noch einen Chicken spawnen, einen Squid müssen wir spawnen. Wie kriegen wir denn einen Squid? Ach ja, einmal ruhig. Ich guck jetzt erstmal, wie wir einen Autoproer bekommen. Auto... Ein Squid spawnt aber auch nicht in einem... Nein. ...einen Block tiefen Wasser. Brewing Stand. Da müssen wir noch... Ein Cobblestone und ein Blaze Rod. Das ist ja einfach. Ja, das... Das ist ja einfach. Das ist ja sowas von einfach. Aber den Autobroer musst du ja machen. Ja, aber da brauche ich erst einen Brewer. Der ist Bestandteil. Ja, es leuchtet fast ein. Hast du mal auf die Uhr geguckt? Äh, 18 Minuten. Ja. Schon wieder 18 Minuten. Ja, tut mir leid. Ja, kannst du die Zeit nicht bitte mal anhalten? Brewing Stand. Du brauchst noch Fluid Ducts, oder? Redstone Reception Coil haben wir. Oh, Redstone Repeater auch noch. Plastic Sheets habe ich im Inventar. Ich helfe dir gerade mal ein bisschen, dann geht's schneller. Okay, also wie viel brauchen wir überhaupt? So, wir brauchen da schon mal drei Redstone. Wir brauchen da ebenfalls drei Redstone. Da brauchen wir zwei Redstone. Also sind wir schon bei acht Redstone. Ja, acht Redstone brauchen wir. Vorher brauchen wir damit nicht anzufangen. Plastic Sheets. Okay. Ach, ich mache den Planter mal an, ne? Ja, funktioniert denn da alles jetzt? Werden wir sehen, ne? Okay. Tu es. Ah, ein Machine Frame brauche ich auch noch. Gold und Glas. Okay. Glas hast du wahrscheinlich wieder in deinem Inventar, ne? Ähm, nein. Als Verbrauch? Ich glaube... Ich weiß nicht mehr, wo es ist. Top. Aber ich habe noch Sand. Ich bräuchte vier... Ähm, vier Dingens-Bummens-Ratatouille. Ähm, was ist denn mit der Crafting-Crafting-Kiste? Ne, da ist es auch nicht drin. Ich schmeiße den Sand vor den Ofen. Du kannst ihn auch in den Ofen machen. Oder so. Aber da ist ja noch Brot eigentlich fertig. Ah, okay. Dann ist... Ich nehme den Toast raus. Ah, wir haben keine Rosen mehr. Ich nehme Oakwood. Ich glaube, da haben wir in Zukunft auch sehr viel von. Jetzt habe ich zwei Brot dabei, oder? Habe ich rausgeleitet. Essig einfach mal. Gold. Gold, 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 Gold. Hast du dir einen Toast rausgenommen? Ja. Gut. Gold, Gold, Gold. Und kein Gold. Und kein Gold. Wie viel heilt denn der Toast? Also wie viele Hungerpunkte? Drei Hungerpunkte. Ja, der ist ja schon verbessert. Aha. Aha. Ich produziere mal ein bisschen Gold. Alter, wir haben 117 Stacks. Äh, 117 Gold. Was? Aber gut. Krass. Stopp. Packager. Aber wie geil auch, dass der Harvester Blätter und Saplings ernten kann. Das kann man selber ja nicht. Das kann man ja selber so ja nicht. Doch, ich glaube, wenn du mit der Schere abholst, können auch Saplings droppen. Allerdings ist die Drop-Chance halt relativ gering. Das ist ja wieder doof. Der Baum bleibt wieder stehen oder was? Gold, Gold, Gold. Kommt da jetzt mal was an? Ich hab da doch Whitelist. Ähm. Wir sind übrigens schon mal 21 Minuten. Also, auf ein baldiges Ende kann sich der gute Kinsey einrichten. Warum kommt da nichts an? Ach, weil die Oakleafs auch hier ankommen. Und wahrscheinlich zuerst. Dann muss ich das Item-Duck da nochmal einstellen, dass da... Warum ist da kein... Ach, ich brauch noch ein Poemartic-Servo mehr. Mann, oh. Warum ist hier eigentlich eine Sperre in der Kiste? In der Restekiste? Was ist eine Sperre? Oder was bedeutet das Rote? Mode Dance? Was bedeutet Mode Dance? Äh, lass das so. Lass das so. Das muss so sein. Sonst funktioniert das nicht richtig. Das ist quasi eine, äh, künstliche Verlängerung der Leitung. Wenn die rot ist, dann macht das auf das ganze System den Eindruck, als ob das, äh, länger ist. Okay. Ich glaub, das fügt quasi imaginär 100 Pipes dazwischen ein. Ach so, und dann läuft es ganz langsam dadurch? Nee, 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 nee. Dann ist, ähm, der macht die Items ja dahin, wo der kürzeste Weg für ihn ist. Okay. Und deswegen musst du die teilweise verlängern, damit das halt richtig funktioniert. Ah, okay. So, Freunde der Nacht, wir müssen leider unsere Abmode jetzt starten, denn wir haben nur noch, äh, 40 Sekunden. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr reingeschaltet habt. Guck mal, guck mal. Und, weggelaufen. Okay, verhörst mich. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Äh, ja, Abo, äh, macht das und, und Daumen hoch und alles und, äh, tschüss. Das war ja auch Klaas. Äh, tschüss. Äh, tschüss. Und dann, da war ja auch Klaas. Und dann, da war ja auch Klaas. Und dann, da ist das point. Vielen Dank.